Die Inländische haben sich, meine Damen und Herren, den ganzen Abbruch soll technisch anstecken, um auch in den Fähren zu fahren. Mit dem Geschick meistert er sie aber, sie hat von Stein am Schwergarten. Und er ist da draußen, sie hat das Abbehinderlich hinter sich gebracht. Jetzt ist der liebeste Gerd Scheibers in Schumacher aus Belgien, aus Ostmalle. 52,67 Sekunden, hier schnell zu fern. Und Goro Hinderlich, ein guter Aufblick für Gerd Scheibers, der 90 Sekunden war in den Landschaftsbegleiter in Berlin. Die Inhaltsbegleiter in Berlin. Die Inhaltsbegleiter in Berlin.